mit dem Essenz XXL Shine Gel-Look nochmal drüber lackieren. Das ist ein hochglänzender Überlack für ein Finish im Gel-Look. Ist ganz schön, wenn man das kann mit den Fingerspitzen da weiß machen. Sieht das mit Sicherheit schön aus. Ich kann es nicht. Deswegen sieht es bei mir immer kacke aus. Hat gar keine Farbe, übrigens. Ach, jetzt habe ich euch die Flasche gar nicht gezeigt. Und die hat auch keine Nummer. Ne, die andere hatte nämlich auch keine Nummer. Oder? Bin ich jetzt ganz... Nein. Bin ich doof. So. 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 Gut. Ja. Meine Sammlung ist leer. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu viel runtergerattert. Aber ich bin ein bisschen in Hektik, weil mein Freund da unten ganz alleine mit den Kitties ist und mein Baby ein bisschen hungrig ist und ich deswegen ein bisschen unter Zeitdruck stehe. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das nächste Video wird bestimmt etwas weniger hektisch und ein bisschen länger. Und ich mache mich jetzt vom Acker und wünsche euch noch einen schönen Restabend. Oder je nachdem, wann ich es reinstellen. Entweder heute oder morgen. Einen schönen Tag. Tschüss. Mua! Tschüss. Tschüss. Video.